Hallo liebe Bayern-Fans, ihr seht hier, wir sind in Brasilien und das Spiel gegen Argentinien kommt schon langsam entgegen und ich hoffe, ihr drückt für uns, für die Schweiz und für mich auch die Daumen, dass wir auch Argentinien schlagen können und so dann vielleicht gegen Deutschland im Endspiel spielen können. Vielen Dank.